gut dann fangen wir mal an doch jemand das das thema ist ja gibt q&a bevor ich anfangen will ich mal gerne so eine frage machen wer denn gibt schon kennt und da das da mit der selbsteinschätzung der kennt gibt so ein bisschen komisch ist würde ich mal sagen so auf einer skala von 1 anfänger bis 5 voll profi wer würde sich als 1 anfänger bezeichnen oder hat keine ahnung ok 2 3 4 5 da darfst du jetzt die session machen gut also es gibt ein paar anfänger und viele die sie so als ja schon mittelmäßig gut bis sehr gut bezeichnen von denen die sich jetzt mit mit anfänger gemeldet haben weiß jeder was geht ist oder gibt es jemanden dem nicht noch erklären muss was versionsverwaltung und geht im speziellen ist keiner ok das schon mal gut wenn man wenn man geht verwenden will muss man sich eine beine reinstallieren die gibt es für windows und linux und mac und damit kommt zum beispiel auf einem windows system immer so ein ding das nennt sich gibt es damit kann man loslegen und mit geht arbeiten es gibt so gibt auch verschiedenste guis also es gibt von gibt sogar selbst eine grue ich finde die grauenhaft also rudimentärste software überhaupt ich kann hier ein repository anlegen es gibt sogar so eine ansicht wo man dann sieht was sich geändert hat würde ich nicht unbedingt empfehlen wenn man einigermaßen sinnvolle idee verwendet sowas wie sublime text oder pfistorm oder visual studio code oder sonstiges ist da oft schon irgendwie ein git client drin und die sind in der regel auch ziemlich gut also den von pfistorm liebe ich mittlerweile weil der ganz ganz viele sachen schon drin hat die man früher entweder nur auf terminal eben machen konnte oder eben ganz kompliziert anders ich verwende mittlerweile das terminal bei gip nur noch ganz selten wenn ich sehr ausgefallene befehle mache oder wenn ich nicht ganz genau weiß wie es in pfistorm eine bestimmte funktion machen kann gibt es glaube ich nicht für windows gibt es okay hier habe ich noch nie verwendet was ich von verwendet habe ist source tree finde ich sehr sehr gut an manchen stellen sogar besser als pfistorm weil gerade der patch motor der sehr viel besser als ich kann wirklich einzelne zeilen markieren und die auf den index packen das geht bei pfistorm nur pro chunk also ich kann mittlerweile pro chunk sagen den auf den index oder nicht aber ich kann nicht sagen diese zwei zeilen vom chunk und den rest nicht also da ist noch etwas überlegen jetzt vor ein paar tagen kam im sublime merge raus also von den entwicklern von sublime text gibt client der ist irgendwie vom aussehen ähnlich wie source tree sagt aber dass er sehr sehr schnell ist dass so der einzige nachteil ein solcher ist recht langsam und gibt es nicht für linux also nur für windows und mac finde ich aber als kostenfreien gibt es client echt gut es gibt von github eine gui die speziell mit github zusammenarbeitet man kann glaube ich auch normale gedrehen post damit laden und damit arbeiten aber man merkt es ist sehr an dem workflow von github irgendwie orientiert wichtig ist halt dass man die basics von von github versteht und was da dahinter steckt und zwei ressourcen die ich da absolut empfehlen kann ist zum einen die dokumentation von adlashen als hintergrund adlashen hat unter anderem die plattform bit buckets erzeugt und die hatten früher einen eigenen gibt server für self hosted lösung das nannte sich stash das heißt mittlerweile glaube ich bit bucket server ist nicht genau wie bit bucket ist sogar in einer anderen programmiersprache geschrieben aber ihr habt diesen halt auch was so geht angeht sehr fit genau das ist der hersteller von source tree also die haben wirklich sehr sehr gute anleitung die haben auch so kleine so kleine tools wo man mal geht lernen kann und ich finde einfach auch die visualisierung sehr so gut gemacht wir können hier zum beispiel mal in diese collaboration using branches reingehen und man sieht halt hier schon die verwenden sie auf diese grafen zum visualisieren und auch immer mit verschiedenen farben dass man sieht welcher brand jetzt wohin geht und ich finde es einfach sehr sehr gut visualisiert also wenn man irgendwie meine referenz braucht auf dem man ein bestimmtes thema noch mal nachlesen kann ist adlashen.com slash git eine ganz gute anlaufstelle wo man sowas noch mal lernen kann und auch viele von den adlashen mitarbeitern haben sehr viel auf ihren eigenen blogs über git geschrieben zum beispiel irgendwie eine git konfig mit ein paar schönen aliasen die dann irgendwas irgendwie blog besser aussehen lassen oder die gemerchte branches lokal löschen oder so sachen also die haben auch sehr sehr viele ressourcen jetzt nicht unbedingt in den offiziellen doku stehen genau eine andere quelle die ich absolut empfehlen kann ist dieses git cheat sheet das gibt es sogar auch in verschiedenen sprachen unter anderem in deutsch und da sieht man alle elemente die so ein git repository hat und das ist auch meistens das erste mal wenn leute die es schon verwendet haben dinge sehen die sie noch nie so gesehen haben also zum beispiel diesen stash ganz links den kennen viele nicht und man hat halt hier diese verschiedenen ebnen aber also die arbeitskopie ist der lokale ordner den man auf der festplatte hat das was lokales repository heißt ist alles was in dem punkt gibt ordner ist wenn man ihm in pull oder push macht das was dann da global landet oder beim commit gemacht hat was dann da landet und das was hier remote repository ist ist das was meistens github ist also vielleicht für die für die beginner gits ist nicht gleich github github ist einfach nur eine eine repository hosting und kollaborations plattform also da kann man gits codes also geht repositors abladen und kann dann da über dinge diskutieren und kann so dinge machen wie ein pull request was auch kein feature direktes von git ist sondern eher so ein workflow tool was eben github oder github oder bitbucket einem anbieten und auf diesem cheat sheet ist es ganz gut gemacht wenn man jetzt auf eine von diesen ebenen drauf klickt dann sieht man alle befehle die man von dieser ebene aus machen kann zu den anderen ebenen also das typische beispiel ist man hat ein github also man fügt der datei auf den index hinzu und sie danach committen zu können dann haben wir hier gibt committ minus a das ist das wenn man nicht immer erst auf den index und dann committet sondern wenn man sagt okay committe mit vorher hinzufügen auf den index dann haben wir hier pull und push und reset hard und sonstiges und dann aber auch zum beispiel in die andere richtung zum stash das heißt wenn man auf den stash hingeht dann sieht man auch wieder wir haben die gleichen sachen die zur arbeitskopie gehen aber wir haben zum beispiel auch hier ein befehl stash branch der dann im lokalen repository einen branch anlegt mit den änderungen die auf dem stash sind das zum beispiel so ein befehl den kennen auch viele nicht aber so stash ist so eine art flüchtiger zwischenspeicher könnte man sagen also nehmen wir an du arbeitest jetzt gerade an an irgendeinem projekt hast irgendwie paar änderungen gemacht bis gerade auf irgendeinem branch und dann ruft ein kollege ganz hektisch an und sagt ja da ist irgendwie ein fehler auf master du musst mal schnell ein patch schreiben jetzt bist du so mitten in der arbeit und das was wir jetzt gerade geändert hast soll nicht verloren gehen jetzt könnt ihr natürlich sagen okay ich mache jetzt ein commit auf dem branch auf dem ich gerade bin oder machen neuen branch auf irgendwie so temp und schiebt es da drauf und merches dann nachher davon runter das ist irgendwie blöd stash ist einfach eine möglichkeit zu sagen alles was gerade geändert ist bitte mal parken und wieder auf den letzten stand zurück auf dem ich war also den letzten stand von dem branch auf dem ich war gerade bin oder vom master was auch immer und dann ist seine working copy wieder sauber und da kannst du irgendwas arbeiten und dann kannst du zum beispiel irgendwie master auschecken oder den brand an dem der kollege gerade arbeitet dann kannst du den fixen dann machst du ein commit und push das ganze und dann mit stash pop holt man es vom stash runter also man fügt wieder in der eine in die eigene kopie ein und löscht auch gleich vom stash weil man kann auf dem stash auch mehr als eine zwischenversion und speichern weil wenn man selten ist aber möglich das heißt wenn man gerade drin ist und sagt verdammt ich muss jetzt mal was anderes machen dann kann man das so in die zwischenablage und dann wieder zurück ist manchmal echt extrem praktisch Genau wenn wir gerade bei den ganzen gibt's befehlen sind will ich mal ein paar vorstellen die vielleicht manche nicht kennen Es gibt zum beispiel hier bei git ads das ist auch wenn man mit der maus drüber geht sieht man unten immer so eine kleine erklärung Da gibt es einen zusatz befehl der nennt sich patch mode Also git ad minus p der ist jetzt hier leider nicht dokumentiert da kann man von mehreren änderungen die man der datei hat einzelne änderungen auf den index packen also wenn man sagt man hat in der datei viele zeilen code geändert und will jetzt aber nur ein paar davon committen dann kann man eben mit diesem patch mode Einzelne änderungen hinzufügen da wird man gefragt willst du diese änderungen hinzufügen sagt sie ja oder nein und so weiter Das ist zum beispiel befehl der hier leider auch nicht Erklärt wird ein anderer der mir gerade auffällt der ist glaube ich nirgends drin Ne also auch die referenz ist nicht ganz vollständig es sind wirklich so die wichtigsten Es gibt in gibt es einen befehl der nennt sich bisect Und zwar hat er so den hintergrund wenn man Irgendwie längere zeit an einem repository gearbeitet hat und man stellt irgendwann fest da ist ein fehler Und jetzt will man feststellen wann kam denn dieser fehler rein mit welchem commit Und wie kann ich ihn rückgängig machen dann könnte man jetzt natürlich hingehen und jeden einzelnen commit nacheinander zurückgehen um den fehler zu finden was sehr mühselig ist und dieser beisekt befehl Ermöglicht einem das schneller zu finden man sagt die version die ich gerade habe ist kaputt und die version weiß ich da hat es noch funktioniert Und dann macht gibt eine binäre suche das heißt der teilt einfach die anzahl der commits in die hälfte check diesen commit aus Dann kann man testen funktioniert oder funktioniert es nicht also man sagt dann gibt ja ist kaputt oder nein ist nicht kaputt und dann nimmt da wieder die linke oder rechte Hälfte je nachdem das heißt man ist sehr sehr schnell an der stelle wo man dann den fehler gemacht hat das ist so ein befehl den findet man wenigstens dokumentation aber es ist so ein befehl wo sagst wenn du wirklich mal so ein fehler hast oder willst wissen wann hat sich denn das Geändert und will sich irgendwie durch 100 commits durchgehen dann ist es echt praktisch also so ein befehl kann man sich mal merken Bissekt heißt der der ist ja nicht drauf Ja genau es gibt in der in der offiziellen seite geht minus scm punkt com gibt es auch eine eine dokumentation Das problem hier ist nur die ist das war jetzt der falsche Die ist extrem technisch an manchen stellen Also es ist eine sehr detaillierte Dokumentation teilweise auch mit mit langen erklärungen und Beispielen also hier sieht man jetzt so ein Beispiel für geht bisect man sagt hat hier bisect start Und dann sagt man hier mit bad die version auf der ich gerade bin die ist schlecht Und mit bisect good kann man sagen jetzt in dem fall ein tag in der version was gut Und dann sagt er hier bisecting also 357 revisions Roughly ten steps also er kann schon so binäre suche kann ungefähr abschätzen wie viele schritte man braucht um bis zur lösung zu kommen und dann nimmt er halt den mittleren commit und dann fragt er wieder oder dann testet man und dann sagt man gut Oder schlecht und dann sagt er halt wieder okay jetzt habe ich noch die hälfte 337 Und so weiter und irgendwann sagt man dann halt basic select und hat man sagt okay jetzt hier das ist der der böse ist und dann kann man dann Den rewerten oder irgendwie in pet schreiben oder sonst was also es ist echt ein Ziemlich Schöner befehl wenn man mal schnell auf eine fehlersuche gehen will Genau Von den empfängern weiß jeder was github ist wofür das da ist und wie man es benutzt Alle nicken kann man gucken also neben github gibt es auch noch andere plattform es gibt zum beispiel github.com Ist in letzter zeit sehr populär geworden nachdem github von microsoft Aufgekauft wurde das fanden manche nicht so toll Ich persönlich sehe da kein großes Problem dabei auch vor dem hintergrund wenn man über die das microsoft einer der größten Kontributor zur open source software ist was man jetzt nicht so denkt Weil das ja alles proprietär ist wenn man an windows und office denkt aber zum beispiel vision studio code was ja schon Erwähnt hatte ist komplett open source also die community variante davon Und ich glaube auch nicht dass github da jetzt irgendwie großartig sich verändert aber manche fanden es nicht so toll und sind deswegen So zu github gewechselt wie gesagt es gibt noch bitbucket von adlashen Und die idee von von diesen plattform ist dass man so die zusammenarbeit an projekten Irgendwie in die öffentlichkeit tragen kann Und wir hatten ja vorgestern diesen hackathon zum plugin kollektiv und gestern den contributor day Und Von unter seinem eigenen benutzernamen kann dann code darin ändern und kann dann so genannten pull request stellen also man kann sagen Liebe entwickler von diesem projekt ich habe hier mal was verbessert Möchtest du vielleicht diese verbesserung in deinen code übernehmen und dann kann halt entscheiden ob das macht oder nicht Das ist gerade für die theme und plugin entwickler unter euch vielleicht spannend Also bei mir ist es mittlerweile so dass alle neuen plugins von mir immer auf github gehostet sind Die alten noch nicht alle Weil der vorteil davon ist dass wirklich jeder kontributen kann Also wenn man sie nur in dem offiziellen subversion repository von wordpress hat Dann könnten sie in support form eines plugins vielleicht schreiben ich habe hier einen fehler in zeile 128 da fehlt noch ein komma oder kannst du mal hier oder da Und da gib mir mal deine e mail adresse damit ich dir ein patch per e mail schicken kann damit du den applyen kannst Das ist alles so ein bisschen blöd und deswegen habe ich zum beispiel entschieden zu sagen ich hoste meine ganzen Plugins auch auf github damit eben leute relativ leicht daran mitarbeiten können Der nachteil bei ist wenn ich jetzt diese plugins von github ins plugin directory kriegen will muss ich so einen umweg gehen und das irgendwie wieder in Subversion repository kriegen und das dann wieder per subversion zu committen das ist so ein bisschen Nervig und deswegen muss ich gestehen dass ich meine plugins auch nicht so häufig aktualisiert zum beispiel die informationen bis zu welcher wordpress version funktioniert mein plugin Weil einfach dieser workflow so ein bisschen blöd ist Genau Jetzt wir haben eine frage was sind so eure Bauchschmerzen bei github es irgendwie Dinge die er nicht versteht works flow die er nicht versteht Probleme die ihr mal gefunden habt oder vielleicht tolle tricks die man mal teilen könnte wollte es ja so ein bisschen als q&a machen Sören geht rüber ist Also die frage war wie ist das mit github es vor allem Bei dem hintergrund wenn man ein pull request aufgemacht hat uns dann zu einem konflikt kommt weil zum beispiel eine datei unbenannt wurde in ordner umbenannt oder eine datei verschoben Wie kann man den eigenen pull request reparieren Ich habe jetzt glaube ich leider kein Repo wo das der fall ist Wenn ihr das beim plugin kollektiv haben korrigiert also oft ist es so wenn man so ein pull request hat Dann kann es eben vorkommen dass ganz am ende Nichts steht wie hier merge pull request sondern Statt hier der snow konflikt es gibt ein konflikt du musst den beheben können wir mal gucken ob vielleicht in dem zweiten pull request Einer ist ist keiner Maja schaut gerade mal ob sie einen hat Man muss dazu sagen dass solche konflikte unter github sehr viel seltener sind als unter subversion nicht desto trotz passieren sie sehr sehr häufig In welchem prägt ist es Ja Ja 1 6 1 genau Da gibt es schon wieder ein konflikt interessant genau also jetzt haben wir hier conflicting files Um ein konflikt zu beheben kann man zwei dinge machen man kann entweder einen merge machen oder was hören eben meinte ein rebase Wir können ja gerade mal auf die dokumentation von von adlashen gehen und uns mal die unterschiede zwischen merge und rebase raussuchen Nee da ist die suche Warte mal hier merge conflict Weil die visualisieren das immer ganz schön Wobei da fällt mir gerade ein Was ist ein branch und Es gibt hier so ein schönes ding Der unterschied zwischen Merch und rebase Ich weiß nicht ob man das jetzt hier so So gut erkennen kann Aber die idee hinter Merch und rebase ist Also man sieht das hier bei Bei git merge Also es gibt hier irgendwie kätzchen Und da bekommt das kätzchen hier irgendwie eine fliege Und das andere kätzchen bekommt ein bisschen farbe Und der merge ist Achso ja warte mal ich kann es mal So Also man sieht in Das ist jetzt hier der branch Tabby heißt der Und hier kommt eine schleife oder fliege Wer nachdem was sind Und hier kommt dann noch ein bisschen farbe ins spiel Und jetzt werden diese beiden änderungen zusammengefügt Und in dem merge passiert es so dass ein neuer commit entsteht Und in diesem commit werden diese beiden variationen zusammengeführt Das heißt man hat dann am ende ein kätzchen mit einer schleife und der farbe Das ist so wie ein merge funktioniert Bei einem rebase ist es jetzt so man hätte diesen branch Und statt einen commit zu erzeugen in dem beide änderungen zusammengefügt werden Verschiebt man die commits ans ende von den anderen Das heißt man hat hier oben diesen master branch Wo das kätzchen schon eine fliege hat Und dann kommt auf diesen stand die änderung Der kopf wird eingefärbt Und dann wird der körper und der schwanz eingefärbt Das heißt man Man verändert die history von diesem branch und hängt die neuen commits ans ende des aktuellen Der vorteil dabei ist es entsteht kein neuer merge commit Das heißt die history Ist etwas sauberer Und gerade wenn man so einen pull request hat Wo in der zwischenzeit sehr viel auf master passiert ist Also meinetwegen man hat einen pull request aufgemacht Und der ist irgendwie drei monate alt Und auf master sind mittlerweile 200 commits passiert Aber im eigenen pull request ist nur ein commit Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß Dass man ein rebase machen kann Das heißt man sagt okay ich nehme den aktuellen stand von master Wie er jetzt gerade ist Und hänge meine änderung hinten dran Und da ist auch die wahrscheinlichkeit sehr hoch Dass dann dieser konflikt gar nicht mehr auftritt Weil git dann einfach feststellt Was ist so der letzte stand von master Und was ist die änderung die ich machen will Und git erkennt dabei auch oft Dass eine datei einfach nur umbenannt wurde Und kann dann diese änderung an der richtigen zeile einfügen Die alternative wäre eben Dass man ein merge commit macht Und dann entsteht In dem eigenen branch erstmal Die ganze liste von den commits die auf master passiert sind Plus dann diesen ein neuer merge commit Aber über beide varianten kann man diesen konflikt aufheben Wir können jetzt einfach mal versuchen Diesen pull request hier zu reparieren Schauen wir mal ob das klappt Ja ja ich mach's gut So ich klone mir jetzt einfach mal das repo hier Also Hier kein SSH hinterlegt Na? So Machen wir das mal auf Äh Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Entschuldigung Wapu Antispam Und Wo war jetzt der Konflikt? Antispam Antispam Wie PHP zum Beispiel Ach ja genau ich müsste jetzt erstmal noch den Den Fork von Maya mir holen Ach ne das war jetzt falsch ausgetauscht Halt da fehlt auch noch So jetzt Ist jedem klar was ich hier mache? Genau Also Maya hatte ein Fork von diesem repository gemacht Und ich kann mir jetzt Gits remote Gits remote Äh Aber ich hab mir grad die URL kopiert Eigentlich sollte er das finden Hä? Finde den Fehler Ich sehe nicht Ach ja Richtig Danke Geklont Aber noch nicht im Ordner gewesen Deswegen jetzt sagt er Not a Git repository Äh Ach ja jetzt hab ich den Namen Ähm Nee ich also ich ähm Man kann in einem In einem Gits Repository mehrere ähm Remotes haben Remote ist Das hier Remote Repositories Das heißt das ist ein Repository Zum Beispiel in dem Fall beide auf Github Zu dem ich Änderungen Hinschieben könnte oder von dem ich Änderungen hole Und jetzt hole ich mir von Dem anderen Remotes erstmal alle Branches Mit Fetch Und jetzt sehe ich hier die ganzen Branches Die Maya in ihrem Fork hat Und jetzt kann ich hier Den Ali-Branch mir auschecken Das war glaube ich der Richtige So Und jetzt bin ich auf diesem Ali-Branch Ähm Und jetzt können wir diesen Konflikt wie gesagt auf zwei Weisen auflösen Wir können entweder ein Rebase machen Oder ein Merch Ein Merch Ähm Wir können ja mal gerade gucken Es gab hier Vier Commits Und Wahrscheinlich ist nur der letzte Commits Ein Konflikt weil ich hatte gestern Oder vorgestern auch dran Mitgearbeitet Da war es noch okay Ähm Das Das heißt jetzt nicht dass Maya schuld ist Sondern eher Wer auch immer In Plugin-Kollektiv was aktualisiert hat Hat halt dadurch ein Merch Commits Äh verursacht so Was ich jetzt hier mache Ich merge mir ja jetzt Origin Master hier rein Oder wollt ihr ein Rebase Wer ist für Merch Ähm Genau das können wir jetzt einfach mal gucken Also sie hat am 24. November 2017 den Branch aufgemacht Und Und Was Das ist aber echt lange her Okay Ach ja stimmt ich habe gestern an einem anderen Plugin gearbeitet Also da wir jetzt sehen Der Der Branch ist schon sehr sehr alt Und Anti-Spamby ist eins von den Plugins wo wir sehr viel machen Ist wahrscheinlich die schlechtere Variante Merch zu machen Weil einfach sehr viele Commits zwischendrin waren Das heißt in dem Fall würden wir ein Rebase machen und versuchen diese vier Commits hinten ran zu hängen Also wir machen hier diese schöne Variante Ähm Genau also wir machen jetzt hier ein Rebase Und jetzt holt sich Git erstmal den aktuellen Stand von Origin Master Und dann versucht er die vier Commits hinten dran zu hängen Und jetzt sehen wir hier schon Konflikt Es gab hier in der CSS-Style-Mins CSS einen Fehler Ähm Dazu ist wahrscheinlich Äh Zu sagen dass das wahrscheinlich mit Sass gemacht ist Genau es gibt hier eine Styles und eine Styles-Min Und das Problem ist jetzt einfach dass die neue minifizierte Version Fehler hat was bei minifizierten Versionen meistens passiert Ähm So und das ist immer so oben hat man den Teil aus dem Original Repository Hier unten hat man den Teil aus dem eigenen Jetzt müsste man diesen Commits aufräumen Müssen wir gerade mal gucken Ach ja genau Wir sehen das auch hier unten im Terminal wenn wir das auf Terminal Ebene machen Wir sind jetzt gerade in einem Detached Hat Weil ich einen Tag ausgecheckt habe von Maya Und bin gerade im Rebasing beim ersten von drei Commits Das heißt da hat er jetzt eine Pause gemacht Und da ist jetzt der Fehler aufgetaucht Und jetzt müssen wir versuchen den zu beheben Jetzt muss ich mal gerade gucken wie denn hier die Minifizierung überhaupt passiert ist Ich hoffe mal dass da irgendwie Äh Ne da ist kein Grunt kein Ja Man sieht leider nicht wie Wie derjenige der den Codes geschrieben hat Das Ganze minifiziert hat Also im Optimalfall wäre jetzt hier irgendwie ein Grunt-File drin Oder ein NPM mit einer Minifizierungsfunktion Die fehlt jetzt hier leider Was natürlich ziemlich blöd ist Weil wir könnten jetzt Hä? Ein Composer Ne wie das generell in dem Projekt minifiziert wurde Was haben wir hier Ist BrainMonkey ist glaube ich kein Minifizierer oder? Ne Ja das ist natürlich jetzt doof Also keine Ahnung wie das jetzt hier minifiziert wurde Ähm Jetzt haben wir praktisches Problem Wir haben also Maya hat wahrscheinlich im CSS was geändert Oder das gucken wir uns einfach mal an Was hat sich Aber 2017 war Serge schon nicht mehr dabei Das hat einer von uns verbrochen Ja aber es wurde ja an der Min CSS irgendwas geändert Sonst gäbe es ja keinen Konflikt Also ich guck mal Also im ersten Commit nicht Im zweiten Commit hat sie in der Style CSS was geändert Und nicht Und nicht Doch in der Min hat sie auch was geändert Ne die kamen Ne die kam irgendwie Die war vorher Das ist komisch So wir machen das jetzt Wir machen das jetzt einfach Bei so minifizierten Dateien ist der Trick Also gerade auch wenn man mit Sass arbeitet Die kompilieren ja immer irgendwie eine CSS Datei raus Ob die jetzt minifiziert ist oder nicht Ähm Wäre mein Tipp einfach Man nimmt eine von den beiden Versionen Nehmen wir jetzt einfach mal Die Version von Maya So dann speichern wir das Wenn wir jetzt einen Git Status machen Dann sieht man immer Was müsste man jetzt machen Um diesen Fehler zu beheben Also ich habe hier einen Unmerged Path Diese Style CSS Wenn ich die mit Add auf den Index hinzufüge Dann habe ich den Fehler behoben So um den Fehler jetzt fix zu beheben Geben wir einfach mal hin und nehmen hier die Die Style CSS Die normale Und Nehmen wir einfach so ein Online Minify Weil wir jetzt keinen haben Wo sind wir jetzt hier? Da Das fügen wir jetzt hier ein Da hat sich ein bisschen mehr geändert irgendwie Okay Irgendwie sind da die Fonts rausgeflogen Die lassen wir mal noch drin Nehmen wir mal nur den Teil hier Das sieht ja irgendwie nach Ein bisschen Änderung aus Könnte passen Also Im klassischen Fall würde man jetzt halt Den Minifier verwenden Oder wenn man Sass verwendet Einfach den Sass Compile nochmal anschmeißen Und sagen Erzeug mir mal die Datei neu Deswegen geht auch sogar ganz viel darüber Dazu über zu sagen Die minifizierten Dateien oder Komplierten Dateien Die kommende ich gar nicht erst Ins Impository Weil es da Tendl immer knallt Oder man sagt Wenn man Sass verwendet Dann hat man die Komplierte Datei drin Aber die dann nicht In der Minified-Version Sondern in der Expanded-Version Damit es eben nicht ständig knallt Frage? Genau Also man könnte es dann Lokal klonen auf dem Live-System Oder man könnte halt Wenn man zum Beispiel GitLab verwendet Könnte man sagen Der GitLab Server erzeugt dann Aus dem Repository jedes Mal ein Bild Und da würde dann einfach dieser Minifizierer Darüber laufen Genau Also wir haben jetzt diesen Fehler behoben Und jetzt Machen wir Git Add Und dann machen wir Git Rebase Continue Und dann geht es weiter So jetzt haben wir wieder einen Konflikt Jetzt ist es wieder Die Style-CSS Schauen wir mal rein, was da ist Aha Copy Changes removed from Min Okay Schauen wir mal rein, was hier jetzt passiert ist Das war sogar ich Ist ja eine tolle Änderung Also eigentlich habe ich hier nur Das war ein Zeilenumbruch entfernt Okay Vielen Dank. 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 Und dann schief,